einen wunderschönen da bin ich auch schon wieder euer odin und ich begrüße euch zu einem neuen angezockt wir wollen jetzt skelett attack anzocken häuserchen werden wir nicht wirklich nicht mehr an anstellungen also hdr ist jetzt hier nicht am bildschirm anjahren kann nochmal prüfen die hdr ist aus ich nehme heute in 4k auf ich werde es nicht ändern irgendwie in kleiner machen oder so ich lade unkomprimiert hoch damit also nah wie möglich an dem erlebnis seit was ich hier sehe ich habe gedacht dass wenig mit deutschen untertitel oder so ist gar nichts so ist schade kommt immer mehr ich kann hier noch gar nichts machen nur hüpfen dem scheint wohl dass ich den metall bringen muss die gleiche Ach, eben schon, Rikki, das haben wir schon nur auf den Sack gehangen. Ach, scheiße, ich wollte gar nicht rausgehen. Bringt mir nichts, ich verstehe nicht, was die von mir wollen, das ist alles Englisch. Oh, hier ist ein Schwert. Kann ich nicht mitnehmen. Jetzt passiert irgendwas. Oh, hier ist ein Schwert. Hier ist's. Haha! Hoh, Hoh, Hoh! Hoh, 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 Hoh! Hoh, Hoh! Mhm. Oh, shit. Ich wollte nur gucken, ob da unten was ist. Alles klar. Oh, shit. Oh, okay, da sterbe ich gleich. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Oh, shit. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Wer wollte mich denn rollen? Na scheiße, das war genau die falsche Richtung. Das war's für mich. Das habe ich nicht gemacht Das ist auch wieder so typisch Das ist auch wieder so typisch Das ist auch wieder so typisch Oh 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 Ja! Das war's für heute. Oh, scheiße. Oh, Mann. Okay. Das war's. Fuck. Fuck. Ups. Scheiße, hier rein muss ich die Ding lassen. Oh. Das war's für heute. Das war's für heute. wollt ihr mich verarschen Wenn ihr nicht glaubt, wovon sie Was soll ich denn da jetzt? Ich habe keinen Plan gerade. Ich bin gerade komplett überfragt hier. Ich sehe doch wieder hier irgendwie den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich sehe da, irgendwie muss ich da hoch und da rüber. Und ich sehe das eben so an. Ich muss da rüber. Ah, fuck. Oh, Gott. Ich gebe auf, Leute. Leg mich doch am Arsch. Ich gebe auf. Wir wollten ja noch kurz anzocken. Die Mechanik ganz okay. Das Skelett lässt sich auch präzise steuern. Davon wollen wir mal gar nicht reden, aber ich bin halt zu blöd. Was mich halt nervt, ist halt, dass es komplett in Englisch ist und keinen deutschen Untertitel hat. Das ist ein bisschen nervig, aber sonst ist das an sich ein schönes Spiel. So, das soll es jetzt auch soweit dazu gewesen sein. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären, Träumchen, Träumchen. Schaut doch mal bei Twitch vorbei. Odin-Ase. Das streame ich jeden Abend 2015 eigentlich. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi. Sagt euer Odin. So, wie gesagt, ich nehme das. Komplett ungerendert. Er liegt jetzt hochladen. So, wie ich es jetzt hier aufgenommen habe, in einer sehr hohen Bitrate. Also Videobitrate, damit ihr ziemlich nah an dem Ergebnis seid, was ich hier vor mir habe, auf einem 4K-Bildschirm. Ich nehme mit der PS4 auf. Also über die PS4 zocke ich. Ich nehme am PC auf, damit ihr da so wenig Verluste wie möglich habt. So, aber jetzt wirklich. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Sagt euer Odin. Sagt euer Odin.